Heute möchte ich aus Xinjiang berichten, einer chinesischen Grenzregion, in der sehr viel investiert wird und sich die Wirtschaft rasant entwickelt. Dort lebt die Hälfte der chinesischen Muslime und es kommt immer wieder zu politischen beziehungsweise ethnischen Spannungen. Was ist los im äußersten Westen Chinas? Das ist die Volksrepublik China. Die Region Xinjiang liegt im äußersten Westen des Landes und grenzt an acht Staaten, die Mongolei, Russland, Kasachstan, Kirgizistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan und Indien. Die Region ist fast fünfmal so groß wie Deutschland, etwa 1,7 Millionen Quadratkilometer und macht ein Sechstel der Gesamtfläche Chinas aus. Aber sie hat nur 22 Millionen Einwohner. Das sind im Durchschnitt 13 pro Quadratkilometer. Die Hauptstadt ist Urumqi. Das schwach bevölkerte Gebiet unterscheidet sich vom Rest Chinas zum einen durch seine geografische Lage, denn Xinjiang hat Anteil an vier Gebirgsmassiven, der Altai-Kette im Norden, dem Tian Shan und dem Pamir im Westen und dem Kunlun, dem höchsten Gebirge, im Süden. Dazu kommt die Taklamakan-Wüste im Tarimbecken sowie die Wüsten im sungarischen und im Torfanbecken. Xinjiang ist also fast ganz von Gebirgszügen umschlossen. Aber auch in kultureller Hinsicht weist es Besonderheiten auf, unter anderem seine ethnische Vielfalt. Denn dort leben Uiguren, Han, die in China die Mehrheit ausmachen, Kasachen, Kirgisen, Hui, Mongolen und Tajiken im Pamir an der Grenze zu Pakistan. Die Muslime machen 58 Prozent der Bevölkerung aus, die turksprachigen Volksgruppen 53 Prozent. Hier sieht man den Namen der Region in uigurischer Schrift. In der chinesischen Region bilden die muslimischen und turksprachigen Volksgruppen also die Mehrheit, womit sie in kultureller Hinsicht Zentralasien nahesteht. Deshalb hat sie einen besonderen Status und ist eine der fünf autonomen Regionen der Volksrepublik China. Wie aber gelangte Xinjiang und der chinesische Herrschaft? Im Lauf seiner Geschichte wurde das Gebiet dreimal von China verwaltet. Zum ersten Mal im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung unter der Han-Dynastie, als Kaiser Wu Di ein Protektorat über das Tarimbecken errichtete, weil er die Karawanenwege und Oasenstädte der Seidenstraße kontrollieren wollte. Ein zweites Mal im siebten Jahrhundert unter der Tang-Dynastie, wiederum wegen der Kontrolle über den Handel auf der Seidenstraße. Und zum dritten Mal Mitte des 18. Jahrhunderts unter der Qing-Dynastie, damals entstand der Name Xinjiang, was auf Chinesisch so viel wie neues Grenzland bedeutet. Im 20. Jahrhundert war Xinjiang zweimal unabhängig. Als erste türkische und islamische Republik Ostturkistan von November 1933 bis Februar 1934 und als zweite, pro-sowjetische Republik Ostturkistan von 1944 bis 1949. Nach dem Sieg Mao Zedongs 1949 und der Gründung der Volksrepublik China ergriffen die chinesischen Kommunisten endgültig die Herrschaft in dem westlichen Grenzgebiet. Die Eingliederung der Region in das chinesische Staatsgebiet ist also jüngeren Datums, auch wenn der Einfluss Chinas dort bis in die Antike zurückreicht. Seitdem treibt die Parteiführung die Eingliederung der Region mit den ihr direkt unterstehenden paramilitärischen Einheiten des sogenannten Bingtuan voran. Dieses 1954 gegründete Produktions- und Aufbaukorps soll das Gebiet erschließen und seine wirtschaftliche Entwicklung und politische Stabilität gewährleisten. Es aber auch im Sinne einer inneren Kolonialisierung durch die Ansiedlung von Han-Chinesen besetzen. Die allmähliche Inbesitznahme der Region durch China kommt im Ausbau der Eisenbahnstrecke zum Ausdruck. In den 50er Jahren war nur die Stadt Hami mit dem chinesischen Streckennetz verbunden. 1962 reichte die Strecke bis nach Urumqi. Und die Grenze zu Kasachstan wurde Anfang der 90er Jahre erreicht. Die Eisenbahnlinie durch den Norden Xinjiangs verlief also in Richtung der Grenze zur damaligen Sowjetunion. Dahinter steckte die Strategie, ungenutztes Gebiet für China zu erschließen. Der Norden, der nicht so trocken ist wie der Süden und daher leichter urbar zu machen war, wurde innerhalb weniger Jahrzehnte erschlossen. Inzwischen liefert Xinjiang die Hälfte der gesamten Baumwollproduktion Chinas. Dazu kommen Erdölvorkommen. Im Norden der Region werden seit langem Ölquellen entdeckt und ausgebeutet, vor allem in der Zungerei. Erdöl wird aber auch im Turfan und im Tarimbecken gefördert. Die Vorkommen machen 22 Prozent der geschätzten Reserven Chinas aus. Dazu kommen Erdgasvorkommen mit einem Anteil von 28 Prozent sowie Kohlevorkommen mit 40 Prozent der geschätzten Gesamtreserven. Zurück zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Der Bau der Eisenbahnstrecke führte aufgrund der Erschließung vormals schwer zugänglicher Gebiete zum Wachstum bzw. Bau neuer Städte, darunter Urumchi, Schihezi, Kuitun und Karamai. Dort leben vor allem Han aufgrund der Regierungspolitik und durch spontane Zuwanderung. 1949, bei der Eingliederung der Region in die Volksrepublik, machten die Uiguren 75 Prozent und die Han 6,7 Prozent ihrer Bevölkerung aus. Die Volkszählung von 2010 ergab für die Uiguren einen Anteil von 45,8 Prozent und für die Han 40,5 Prozent. Durch die schnelle und umfassende Entwicklung hat sich die Struktur der Region sehr verändert. Nicht mehr der Süden mit dem Tarimbecken, in dem früher die meisten Menschen lebten, ist der Schwerpunkt Xinjiangs, sondern der Norden, mit der Tsunggarei als Zentrum, der früher weniger besiedelt und verstetert war. Aufgrund dieser Kluft zwischen dem chinesisch geprägten, wohlhabenderen Norden mit Stadt- und Industriegebieten und dem uigurisch geprägten, ärmeren und ländlicheren Süden, beschloss man in Peking auch in den Süden der Region zu investieren. Es entstand ein zweiter Entwicklungskorridor in südwestlicher Richtung, zu den alten Handelsstädten an der Seitenstraße Korla, Kucha, Aksu, Kaschgar und Hotan. Wie bei der Erschließung des Nordens wurde die Ansiedlung von Han-Chinesen auch im Norden des Tarimbeckens durch den Bau von Eisenbahnlinien vorbereitet. Eine Strecke vom Nordrand des Tarimbeckens zwischen Torfan und Kaschgar wurde 1999 eingeweiht. Die zwischen Kaschgar und Hotan im Jahr 2011. Viele der Oasenstädte haben sich dadurch von Grund auf verändert, wie auf dieser Aufnahme aus Kaschgar zu sehen ist. Als letzter Abschnitt des Eisenbahnnetzes von Xinjiang verbindet seit kurzem eine Hochgeschwindigkeitsstrecke Urumqi mit Lanzhou, der Hauptstadt der Nachbarprovinz Gansu. Dadurch werden die Ebenen im Osten Chinas mit der Zungerei und dem Tarimbecken in Xinjiang verbunden und die herkömmlichen Eisenbahnstrecken entlastet. So können mehr Rohstoffe zur Deckung des Energiebedarfs der chinesischen Wirtschaft befördert werden. Wie gesagt, verfügt Xinjiang über 40 Prozent der chinesischen Kohlereserven. Anhand dieser Karten der Erschließung der Region im Nordwesten Chinas lässt sich erahnen, warum die Uiguren die Investitionen und die massive Zuwanderung von Han-Chinesen als organisierte Plünderung ihrer Ressourcen und innere Kolonialisierung empfinden. Inzwischen haben sich die Han als wirtschaftliche und soziale Oberschicht in Xinjiang durchgesetzt und die Regierung in Peking unterdrückt die Kultur und die Religion der Uiguren. Die Mehrheit der Uiguren ist gegen die chinesische Herrschaft und bei Ausschreitungen gegen Han-Chinesen in Urumqi kamen im Juli 2009 etwa 200 Menschen ums Leben. Ein Teil der Opposition hat sich inzwischen radikalisiert. Die Islamische Bewegung Osttürkistan fordert die Schaffung eines islamischen Staates in einem unabhängigen Osttürkistan. Die Ende der 90er Jahre gegründete und inzwischen unter dem Namen Islamische Turkistan-Partei bekannte Organisation will seit ihrem Zusammenschluss mit der Islamischen Bewegung Usbekistan im Jahr 2000 darüber hinaus ein Kalifat in ganz Zentralasien errichten. In den vergangenen Monaten kam es vermehrt zu Anschlägen. In Urumqi im Mai 2014, im Bezirk Yarkhand im Juli und bei Luntai im September. Seit 2013 wurden auch außerhalb Xinjiangs Anschläge verübt. Im Bahnhof von Kunming im März 2014 und sogar auf dem Tiananmen-Platz im Oktober 2013. Die Regierung in Peking macht regelmäßig die Islamische Turkistan-Partei für die Anschläge verantwortlich und rechtfertigt so ihre repressive Politik in Xinjiang. Dabei fordert die Mehrheit der Uiguren gar nicht die Unabhängigkeit. Und die große Mehrheit der Anhänger der antikolonialen Bewegung sind Nationalisten, nicht Islamisten. Darunter Rebija Kader, die Vorsitzende des Weltkongresses der Uiguren. Denn die Uiguren wehren sich in erster Linie gegen die wirtschaftliche und gesellschaftliche Vormacht der Han-Chinesen. Wie man sieht, wurde Xinjiang trotz der großen Entfernung zum politischen, wirtschaftlichen und bevölkerungsmäßigen Zentrum Chinas durch infrastrukturelle Investitionen allmählich an den Rest des Landes angebunden. Und unweit der Hauptstadt Urumqi entsteht zurzeit ein Hochgeschwindigkeitsbahnhof. Aber Xinjiang ist eine uigurische und multiethnische Region mit einer muslimischen Mehrheit. Und diese fordert nicht ihre Unabhängigkeit, sondern die Wahrung ihrer Besonderheiten und ihrer Identität. Je mehr China die Muslime in Xinjiang als Terroristen stigmatisiert, umso mehr Menschen werden sich den Terroristen anschließen. Und die derzeitige Situation im Nahen Osten ist den Forderungen der Muslime in Xinjiang alles andere als förderlich. Danken möchten wir Rémi Casté, der uns sehr dabei geholfen hat, all die Daten korrekt auszuwerten und auch möglichst genau einzuordnen. Mehr über seine Arbeit erfahren Sie im Atlas des Minorités Musulmanes en Asie Meridionale et Orientale und in L'Enjeu Mondial Les Migrations, herausgegeben von Christophe Jaffrello und Christian Lequen bei den Presses des Sciences Po. Mehr Informationen auf www.r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-